Liebe Wählerinnen und Wähler, ich bitte Sie um Ihre Stimme am kommenden Sonntag zur Landtagswahl. Ich möchte unsere Region im Thüringer Landtag vertreten und dafür haben Sie heute auch diese Postkarte in Ihrem Briefkasten gefunden. Ich möchte, dass junge Menschen hierbleiben können, hier leben können und auch hier in Würde alt werden können, so dass die Bedingungen des ländlichen Raumes sich stark verbessern. Und es gibt auch eine kleine Aktion, die Sie hier in diesem Flyer finden, und zwar diese Postkarte. Können Sie abtrennen und können Sie an jemanden schicken, der unser Land verlassen hat. Da drin steht, was wir als Rot-Rot-Grün in den letzten Jahren gemacht haben und wo wir noch hinwollen. Vielen Dank.